Willkommen zurück zu GGA Online! Aber weiß nicht warum. Ah ja, doch, 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 ja, ja, ja. Okay. Das ist jetzt blöd. Shit! Wie komm ich herunter? Warum? Komm ich doch nie hoch. Oder? Der fliegt ja doch voller Fresse. Ist natürlich jetzt wieder eiskalt Arschmodus. Oder, 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 oder? Nein, nein! Das war richtig. Ja, muss ich jetzt hier den ganzen Berg runterlatschen? latschen oder was ist ja anstrengend kommen ja gar nicht drauf klar ich wollte doch scheiße warum also eine gebäcke blatt klettertour bergabsteigtour kommen halt maul dich doch endlich leg dich aufs maul ja klar direkt tot als da fanden radschlag experte und ich bin noch maul dich fall aufs maul fall hin fall fall wie er sich nicht auf die fresse legt aber sonst immer in jedem pass unpassenden moment ja klar ja ach jetzt auf einmal ja klar die guckt euch das mal an einmal top tot wirklich aufs maul wir wollen es doch ein bisschen spektakulärer gestalten wie so ein behinderten jetzt kommt ja und jetzt wieder mit einem taps tot bitte ach jetzt stirbst du dadurch nicht es ist ja genau ganz geschmeidig wir haben zeitiger weiter 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 komm schon wie viele rollen schaffen wir noch weiter 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 erzählt mit wieviel rollen da challenge der folge wieviel rollen haben wir gemacht joo heiß kalt komm schon komm schon ja genau nein du idiot das war noch bord waren mehr als zehn oder waren da zehn rollen guck mal jetzt jetzt machst du den ultra special rolle ach jetzt schleift sie dich wieder zu tode ist das kalt herzig hier zu tode geschliffen boss-experten-modus warum auch nicht tatatata so das ist es wir sind in der zivilisation wenn man das hier so nennen darf dieses dorf angekommen so wollen wir mal unser was denn hier ungeeignet wie sparkplatz da ist ein weg man die fünf millimeter wir sind heute kassierer so parkticket junge parkticket wo ist dein parkticket hey wo ist dein parkticket wo ist dein ticket hier ist ihr parkschein granate so ungeeignet aber jetzt steht er dann doch hier auf dem parkplatz ne das ist erfreund unglaublich so was ist los es ist sehr 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 spät wir haben kein geld diese traurige zahl da oben das ist niederschlagend aber egal das ist so können wir nichts machen ich hatte eigentlich was vor aber dafür fehlen uns natürlich wieder die spieler aber wir suchen schon mal aufträge ich werde wir kriegen wieder irgendwas was wir schon kennen wir haben wir schon gemacht glaube ich ja eigentlich sie müssen sie mir mal abstecher machen was war das denn alter wohin mit dir auch wenn der typ nicht gewaltig auf den stadt geht okay müssten wir sein aufträge auch irgendwann mal machen hier einfach weil der komet rumsteht es kommt wieder irgendwann mit meff oder so ein scheiß öl ins feuer wie du vielleicht weißt gehört den dp-kongolo normal oder die tankstelle bei mir ähm liegt mir jetzt nicht so auf der zunge aber ich bin auch ich bin nicht sicher ob wir die schon gemacht haben die mission wie kann man denn hier noch anrufen bläster gar als mission die sind immer so lau da kriegt man kaum kohle meistens aber auch ich habe auch noch einen aktiven raubüberfall den wir machen müssen die finale heißt bullenjagd schon wieder wieso ist die neu ich meine ich meine die gibt es schon seit anfang an oder haben die geändert von lamar kriegt man auch ganz ganz selten glaube ich aufträge jedenfalls war es mal so dass man von lamar was bekommen hat ob sie noch gibt weiß ich nicht anrufe anfordern kann man die auf jeden fall nicht aber ich glaube ganz ganz selten kriegt man die dann mal wirst du murth reichen baby schur ab us cave zugriff in schumach haben wir für die ame auf jeden fall schon mal gemacht wen haben wir noch Ach, das ist wieder das wilde Telefonspiel hier. Ja, Simian. Bei dem bin ich mir aber auch nicht sicher, ob ich von dem Spacko schon gemacht habe und was nicht. Halt die Schnauze. Nehme mich nicht, Freund. Ach, die Kalkur 3. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber okay. Okay, okay, okay. Wir machen, äh, wir kloppen einfach mal zwei, drei Jobs nachher ab. Beziehungsweise Morgen. Hier ist übrigens mein neues, mein neues Versteck, ne? Richtig hardcore mit Unterstelldach und so. Leider die Folge etwas kurz. Hat nur seine Gründe hier, na, hier, da und da. Aber dafür nächste Folge, dann fett Mission-Paket-Chill. Ne, mein... Ja. Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und geben ihm Volldampf. Tschüss. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Vielen Dank.